Wir packen das. Auf drei. Eins, zwei, drei! Okay, gehen wir zuhören. Das ist Leon Seldo. Leon kommt aus Hannover, ist Offensivspieler. Und jetzt? Was ist der Plan? Erste Mannschaft ist es, ja. Wir haben jetzt eine Spielwohnung für D. Das war halt für zwei mit Leon zusammen. Pizza und Bier? Ja. Und dann kaufen wir noch einen kleinen Schein, oder? Spaß. Oh, sorry. Hey! Ich hör auf! 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 Haben wir etwas zusammen, oder? Und wenn was? Fuck! Die provozieren nur! Haben wir oder haben wir nicht? Nein, wir nehmen nichts! Bitte. 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 Ich hör auf! 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 Und willkommen in Hamburg! Ich hör auf!